Hallo und herzlich willkommen. Wir sind auf dem Hobalt-Platon Nummer 12 und so wie es aussieht, erwarten wir uns jetzt drei wieder drehen. Ich bin sehr gespannt. Okay, zwei kleine und ein großer. So, jetzt gehen wir alle auf die andere. So, jetzt gehen wir alle auf die andere. So, jetzt gehen wir alle auf die andere. Ja, jetzt sehen wir alle auf die andere. So, jetzt kommen wir natürlich auf die andere. Hm nicht das Lenden, aber. Okay, dann nehmen wir jetzt meine Knie wieder dann. So, dann gehen wir alle auf die andere. ich kann einen betreiben und die machen jeweils 20 Schaden eine 20 20 20 30 Das war gut. Oh mein Gott. Ich habe schon ein Bild angenommen. Ich würde mir nicht verwandeln. Ah, ich glaube, ich würde mir nicht verwandeln. Ah, ich glaube, ich gebe an. Nein. Oh. So. Oh, okay, das ist ja hier, ich meine, ich bin ja hier, ich bin ja hier. Okay, hmm, ich bin ja hier, ich bin ja hier. Okay. Ich bin ja hier. hm ok hier wird man jetzt in den Wurzeln vielleicht dann kommt der noch nicht hin hier aber nicht dann kann man dann kann man das nicht dann kann man das nicht ok falls wir starten haben wir noch was hm hm Da haben wir sogar noch ein bisschen gesehen, thank you! Wow! Und, kann man eben noch ein bisschen weiterleiten? Ja, aber bereit! Ja, aber bereit! Gut, dann könnte ich noch ein bisschen stattfinden. Oh, wir sind gespannt! Jawoll! Hat gewinnt. So, jetzt können wir endlich Matuga hier haben. Nächste Kampf müsste das jetzt hier eigentlich bringen. Ihr müsst euch leider noch einen Tag gedulden, oder ihr schaut sie eh über die Playlist an. Und dann sehen wir uns morgen zur nächsten Runde hier bei Angry Birds Epic. Und wir zeigen weiter Chuck & Drops. Und hoffentlich krieg ich die Matuga. Tschau. Ich will endlich eine Heile rein haben.